Leute, ich freue mich sehr auf diese Podcast-Folge heute, denn Stefan Winkler hatte den Mut, mir seine Frage als Audiodatei zu schicken. Das sind mir immer die liebsten Folgen, weil dann höre ich euch mal und kann dann darauf antworten. Und wenn ich nicht darauf antworten kann, dann suche ich mir jemanden, der das kann. Irgendeinen Experten oder eine Expertin, die auf genau eure Frage eine Antwort findet. Also wenn ihr Lust habt, hier mitzumachen, schickt mir gerne eure Frage als Audio, auf welchem Weg auch immer. Am besten über unsere Plattform, G&S Alliance University, da ist auch Stefan ein sehr, sehr aktives Mitglied, worüber ich mich sehr freue, kann ich auch eine ganze Menge lernen, inspiriert mich auch total, wenn ich mich mit euch, mit dir, Stefan, austauschen kann. Und deswegen, das Thema der heutigen Folge lautet, wie führe ich als Startup meine Marke von Anfang an richtig? Wir hören uns jetzt die Frage von Stefan an und dann geht's los. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Servus Norman, Stefan hier. Megacool, dass du das Thema rund um die Wichtigkeit von Marken behandelst. Eine Frage ist mir dazu eingefallen. Startups fokussieren sich ja anfangs normalerweise primär aufs eigene Überleben bzw. aufs Verwandtreiben von einer bestimmten Idee. Welcher Vorgehen würdest du Startups empfehlen, um das Thema der eigenen Marke trotzdem von Anfang an richtig mitzudenken? Liebe Grüße aus Österreich und danke. Ciao. Wenn aus Smart genial wird, wenn aus vertrauensvoller Kooperation eine Allianz wird, dann kommt zusammen, was zusammen gehört. Entdeche den Digital Leader in dir und übernimm die Führung deiner digitalen Businesswelt. Du hörst den Genius Alliance Podcast. Du bist Unternehmer und möchtest die nächste Evolutionsstufe der Digitalisierung erreichen? Dann starte jetzt und gewinne neue Kunden im Online-Dschungel. Mit starken Interviews, wertvollen Erfolgsstrategien und hoch spezialisierten Digitalexperten. Der Genius Alliance Podcast. Von und mit Founder und CEO Norman Müller. Lasst uns loslegen. Wie führe ich als Startup meine Marke von Anfang an richtig? Und ich weiß ganz genau, was ihr euch jetzt wünscht. Eine Mal-nach-Zahlen-Anleitung. Schritt für Schritt. Wie muss ich das machen? Und in Ansätzen kann ich das euch auch so in dieser Podcast-Folge heute hier liefern. Aber, und da sind wir schon beim Problem, das Thema Marke ist ein hochindividueller Prozess. Es gibt kein Template dafür. Es gibt nur den richtigen Zeitpunkt und der ist jetzt oder gestern schon. Am besten von Anfang an Marke denken. Und ihr werdet auch im gleichen Laufe dieser Podcast-Folge verstehen, warum das Ganze so ist. Das Thema nachhaltige Marken bauen. Und damit meine ich eine Marke, die Bestand hat, über die ihr in drei, in fünf, in zehn Jahren nicht mehr nachdenken müsst. Weil das wäre fatal, weil ihr investiert die ganze Zeit in Marke. Und dann wäre es natürlich ein Problem, wenn ihr die Marke verändern müsst. Manchmal ist das nicht anders möglich. Aber wenn es zu vermeiden geht, dann unbedingt vermeiden. Weil dieses Invest, dieser Wert, der dort entsteht, den einfach wegzuwerfen oder einfach mal zu erneuern. Und das haben schon ganz viele andere Firmen gemacht. Du fängst quasi mit deinem ganzen Image, mit deiner ganzen Kommunikation von Null an. Und was ich euch mit auf den Weg geben heute, das war kein deutscher Satz, was ich euch heute mit auf den Weg geben möchte, ist, die Entwicklung, die Entwicklung einer Marke ist im Grunde die Arbeit einer Manufaktur. So kann man das, glaube ich, gut in einem Bild abbilden. Was wir nur sehr oft versuchen, ist so diese mechanische Erzeugung von Marken. Ihr werdet auch gleich verstehen, dass das ein ganz großer Unterschied ist. Also Manufaktur, so dieses Handmade. Das heißt jetzt nicht, dass man eine Marke von Hand zeichnen muss, sondern das heißt ein intensiver handwerklicher Prozess. Und nicht ein industrieller, mechanischer Prozess. Mechanisch, damit meine ich, du gehst auf irgendeine Seite, kaufst dir für 300 Euro ein Logo, weil deine Initialen da drin sind oder weil irgendwie so ein Kringel da dir besonders gut gefällt. Und dann bist du fertig. Sondern das muss Handmade sein. Das muss eine Qualität haben. Das muss eine Unverwechselbarkeit haben. Ihr werdet jetzt gleich verstehen, worauf ich hinaus möchte. Ein wichtiger Satz, den ihr euch unbedingt aufschreiben müsst. Behandle deine Marke wie einen Traumkunden. Dann wird sie dich genau dorthin bringen. Ich wiederhole das Ganze nochmal. Ihr könnt es auch nachlesen in den Shownotes dieser Podcast-Folge bei uns auf der Plattform. Behandle deine Marke wie einen Traumkunden. Dann wird sie dich genau dorthin bringen. Und jetzt kannst du schon mal anfangen, darüber nachzudenken, wie du deine Marke behandelst. Behandelst du deine Marke wie einen Traumkunden oder hast du gesagt, hey, am Anfang habe ich da ein Logo hingeklebt und das begleitet mich seitdem. Ich kümmere mich um das Thema Marke überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht präsent bei mir. Ich weiß, so sieht meine Visitenkarte aus, meine Website. Auf meinem Auto hinten auf der Heckscheibe klebt noch ein Aufkleber drauf. Ihr versteht? Das Ding ist einmal entwickelt und dann vergessen. Und das ist der große Fehler. Bevor wir einsteigen in meine kleine To-Do-Liste, kleine große To-Do-Liste, möchte ich nochmal auf die Kraft, auf die Power von Marken eingehen und eigentlich in eine sehr, sehr schlimme Zeit zurückgehen, nämlich in der Zeit, in der Hitler an die Macht kam. Und ihr wisst ganz genau, wie das gesamte Erscheinungsbild um diese schreckliche Person herum entwickelt wurde für Propagandazwecke, um Menschen negativ zu beeinflussen. Und jetzt habt ihr eine Vorstellung, wozu Marken in der Lage sind. Sie können natürlich auf der einen Seite was Gutes tun, indem ich ein tolles Produkt anbiete, indem ich für Frieden eine Friedenstaube zum Beispiel kreiere oder ich kann es natürlich auch im Negativen behandeln. Was ich mir heute für eine Frage stelle, wenn ich so die ganzen Sendungen anschaue, wo es um die Judenverfolgung ging oder jetzt aktueller Film zu dem Thema. Unglaublich, wie können sich so viele Menschen etwas so Schrecklichem anschließen? Und welche Funktionalität hatte das Thema Branding damals? Diese Hierarchisierung, diese kraftvollen, ausdrucksstarken, kontrastreichen, harten, Symboliken. All das ist Branding. Marke kann auch blenden. Marke kann auch negativ sein. Und dieses Beispiel habe ich ausgewählt heute. Einfach deshalb, damit ihr versteht, wie kraftvoll das Thema ist. Und wenn du das vernachlässigst, in deinem Unternehmen entgeht dir ein großes Potenzial, eine große Chance, deinen Markt ganz anders zu bespielen, zu erreichen, zu durchdringen, zu begeistern und so weiter und so fort. Wir benutzen das natürlich im positiven Sinne. Völlig klar. Aber dieses Beispiel soll dir wirklich einfach mal vor Augen führen. Jeder hat die Bilder, diese schrecklichen Bilder vor Augen. Was damals passieren konnte mit den Menschen und unter einer solchen kommunikativen Markenführung. Und das war ein wichtiger Part für diese schrecklichen Menschen damals. So, jetzt aber wieder zu den positiven Dingen. Mir ist wichtig, dass ihr heute in dieser Podcast-Folge das wirklich durchdringt und versteht, dass ihr das von Anfang an als, ja, wie soll ich sagen, als wesentliches Element eurer Kommunikation anseht, das Thema Marke. Erstmal möchte ich mit euch kurz rein, was ist Marke eigentlich? Das ist nicht nur ein Logo. Das ist Typografie. Das ist Bildsprache. Das ist Farbwelt. Das ist Haptik. Haptik, das, was ihr spüren könnt. Eure Visitenkarte. Ihr habt keine Visitenkarte? Denkt mal drüber nach. Ist wichtig. Wir treffen uns bald alle wieder. Wenn die Pandemie durch ist und dann brauchen wir Visitenkarten. Also schöne Visitenkarten produzieren lassen, die ein haptisches Erlebnis produzieren. Meine Visitenkarte zum Beispiel hat so eine Tiefprägung mit so einer Folien, Goldfolien-Kaschierung, ganz dicker Karton, quadratisch, nicht so typisches Visitenkarten-Format. Also diese Haptik der Marke. Und ich sage zum Beispiel im Digitalen, es gibt auch eine digitale Haptik. User Interfaces. Wie viele geniale Geschäftskonzepte habe ich gesehen von Startups, wo aber diese digitale Haptik gefehlt hat, wo das User Interface Design einfach scheiße ist. Sorry. Aber es ist halt, wir sind verwöhnt von Apple. Da kannst du keine App in den App Store bringen, die so schlecht aussieht, als wäre sie zu Beginn des App Stores entwickelt worden. Also das ist total wichtig. Du machst dich völlig unglaubwürdig, wenn du über KI und digitalisierte Prozesse und so weiter und meine App, wow, wir werden Marktführer sein. Und dann sieht die halt einfach schlecht aus. Sorry. Aber das ist einfach, und das gilt für jedes Business. Das kannst du als Schablone über jedes Business drüberlegen. Nimm mal an, du bist Coach. Du bist echt ein guter Coach. Du bist so ein Flirt-Coach. Wenn deine Website scheiße aussieht, dann wird dich keiner buchen, weil dir das keiner abnimmt, dass du ein Profi bist. Ist einfach so. Die rufen dich aber nicht an und sagen, ich hätte dich gern gebucht. Habe ich aber nicht, weil ich habe deine Website besucht. Sondern das ist so ein leises Sterben einer Marke oder eines Unternehmens. Und deswegen unterschätzt das Thema Marke nicht. Was gehört noch zu einer Marke? Audio, Podcast. Dieser Podcast, das, was ich jetzt hier sage, wie ich das sage, ob sympathisch oder unsympathisch, all das zahlt in die Marke Genius Alliance ein. Jeden Mitarbeiter, jeden freien Kollegen oder Mitarbeiter, den wir beschäftigen, wie der sich in seiner Community bewegt, die Mentoren für unsere Masterclasses, so wie die mit ihren Kunden oder mit unseren Leuten in der Community umgehen, das zahlt alles in unsere Marke ein. Ein scheiß Service zahlt in deine Marke ein. That's it. Also all das ist Marke. Und jetzt merkt ihr schon, wie komplex das eigentlich geworden ist. Allein durch die digitalen Medien. Wenn du zum Beispiel einen Social Media Auftritt hast und du hast so eine Fanpage bei LinkedIn, bei Facebook und so weiter und die sieht nicht gut aus, zahlt in deine Marke ein. Du hast nur negative Bewertungen. Sorry, zahlt auch in deine Marke ein. Das sind alles, früher hätten wir Karma Punkte gesagt. Heute sind das Image Punkte oder Verluste, die du einfach erleidest. Und deswegen ist das Thema einfach so wichtig. Ich hatte schon eine Podcast Folge dazu gemacht. Erster Eindruck, letzter Eindruck, ihr erinnert euch, genau das Thema. So, das heißt, was ist Marke, wenn ich es in drei oder vier Wörtern auf den Punkt bringen müsste, dann würde ich sagen, Marken sind pure Emotionen. Es gibt keine Ration. Ich erinnere mich immer dann, wenn wir Marken entwickeln und es gibt manchmal Agenturen, die kommen dann mit so drei, fünf oder 15 Vorschlägen um die Ecke und sagen, guck mal hier, Logo such dir eins aus. Also wenn das so eine Agentur oder wenn das jemand mit euch macht, einfach rausschmeißen, jemand anders nehmen, Profi nehmen. Marken sind pure Emotionen. Das hat mit der sachlichen Entscheidungsfindung oder mit der rationalen Entscheidungsfindung überhaupt nichts zu tun. Marken ist ein emotionaler Prozess. Es ist ein Orchestrieren von so vielen Gefühlsebenen bei dir, bei deinen Kunden, bei Partnern, bei Investoren, die es zu beachten gibt. Und deswegen ist die Qualität, die Produktion in der Manufaktur, eine Marke herzustellen, auch so schwierig oder von Experten zu übernehmen. Und deswegen bezahlst du dafür auch Geld. Es gibt ja Tarife, Allianz Deutsche Designer zum Beispiel, die haben so eine Tarifliste, da kannst du nachschauen, was kostet meine Marke für Deutschland, Europa, international, also Thema Nutzungsrechte und da musst du feststellen, da kommst du unter 12.500 Euro für eine internationale Marke halt einfach nicht drunter. Und dann gehst du auf eine Website, egal wie die heißen, und kannst ein Logo für 300 Euro kaufen. So, wie effizient ist dieses Logo? Wie kraftvoll ist dieses Logo? Wie eng ist das mit dir emotional verbunden? Was hat das mit deinen Kunden zu tun? Und auf diese Reise wollen wir jetzt gerade mit, du hast am Anfang keine 12.500 Euro. Ist mir klar. Geh an eine Universität, da gibt es ganz viele Kommunikationsdesigner, die dir helfen werden, die das Handwerkszeug haben, vielleicht nicht die Erfahrung, aber die sich ganz anders an das Thema Erscheinungsbild, an das Thema Branding heranarbeiten, wie ein fertiges Logo von der Stange, was ja jeder kaufen kann. So, also Marken sind pure Emotion. Wie entscheiden wir uns? Thema Kaufentscheidung, wir entscheiden uns aus der Emotion heraus. 80 Prozent unserer Entscheidungen oder das, was unsere Entscheidungen ausmachen, 80 Prozent sind Bauchgefühle, sind emotionale Gefühle. So, das heißt, wenn mein Bauch etwas sieht, was nicht professionell ist, was der Qualität nicht entspricht und ich demnach sage, oh nee, das kann nichts Vernünftiges sein und dann wollen die noch 12.500 Euro, wow, na, niemals. Ja, wenn du einen anständigen Stundensatz verdienen möchtest, dann musst du das auch glaubhaft machen. Dann musst du das darstellen, formal, über deine Marke, über deine Website, über deine Visitenkarte. Ein kurzer Hinweis an dieser Stelle auf unseren neuen Podcast-Sponsor New Lunch. Wenn du deinen Mitarbeitern etwas Gutes tun und vor allem auch für neue Fachkräfte attraktiver werden möchtest, dann schau dir unbedingt New Lunch an. Das Team um die Gründer Michel Menden und Sven Köhler kümmert sich um subventionierte Mitarbeiterverpflegung durch steuerliche Essenszuschüsse. Das heißt, der manuelle Belegcheck und undurchsichtige steuerliche Vorgaben gehören damit der Vergangenheit an. Das Ganze funktioniert natürlich ganz smart über eine Mobile-App mit einem digitalen Marktplatz und kooperierenden Restaurants. Essenszuschüsse sind ohne Frage schon lange eine beliebte Möglichkeit, die Steuerlast sowohl für das Unternehmen selbst als auch für die Angestellten zu optimieren. Und das ist nun endlich von New Lunch bedingungslos digitalisiert worden. Also minimaler Aufwand und direkte Benefits für deine Mitarbeiter statt umständliche Rückerstattungsprozesse über die Gehaltsabrechnung. Tut mir einen Gefallen und schaut euch unbedingt diesen tollen Service von New Lunch an. Geht dazu ins Netz auf www.newlunch.de oder auf den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und wenn ihr bei eurer Kontaktaufnahme noch Genius Alliance erwähnt, bekommt ihr ganz sicher auch noch ein Special Deal. An diesem Stundensatzbeispiel seht ihr zum Beispiel auch, welchen Einfluss Marke auf den Wert eurer Dienstleistung hat. Ich kann eine ganz hässliche Visitenkarte abgeben, habe dasselbe Know-how. Bin immer noch 20 Jahre Unternehmer gewesen und kann mit dieser hässlichen Visitenkarte vielleicht 90 Euro abrechnen. Aber mit der anderen Visitenkarte glaubt man mir schon mal eher, dass das 300 Euro wert ist. Obwohl ich das Gleiche weiß, dieselben Erfahrungen gemacht habe. Es ist eine andere Wirkung und um diese Wirkung geht es. Und Wirkung ist Emotion. Das geht ganz tief in uns rein, das können wir manchmal gar nicht erklären. Und das sind ein Bruchteil von Sekunden, in denen diese Wirkung uns zu einer Entscheidung führt. Etwas nicht zu kaufen oder eben zu kaufen. Marken brauchen auch immer wieder Menschen, die sie beatmen. Du baust eine Marke nicht für irgendetwas, also für einen Markt, für ein Objekt, sondern immer für Menschen, von Menschen für Menschen. Und das muss diese Marke ausdrücken. Das heißt, diese Marke muss emotional so aufgeladen sein, so cool sein, weil sie sich mit den ganzen Werten, mit deiner Mission, mit deiner Vision, mit diesem ganzen Zauber, deiner Unternehmenskultur so eng verbunden hat, dass die Leute sagen, oh Mann, das will ich auch. Kann ich bei dir arbeiten. Gibt es übrigens T-Shirts, würde ich jeden Tag tragen. Ich habe 800.000 Follower bei Instagram, ich ziehe das T-Shirt an, weil ich einfach geil finde. Braucht man nichts bezahlen. Ich finde es einfach geil. Ich finde euch geil. Mega. Ihr gebt 50% eures Umsatzes an soziale Projekte. Gebt mir das T-Shirt. Ich trage es so lange, bis es mir vom Körper fällt. Also Marken werden für Menschen gebaut, die sie beatmen. Menschen, die das weitertransportieren. Du bist nur allein. Du allein kannst nicht viel ausrichten. Wirst ein paar Leute überzeugen, wirst ein paar Projekte machen. Und wenn du das nicht schaffst, über diesen Punkt hinaus zu kommen, dann kannst du nicht skalieren. Dann kannst du diesen emotionalen Sog überhaupt nicht erzeugen, wie wenn Leute sagen, wow, ich will dabei sein. Komm, bezahl mir nichts. Ich arbeite umsonst, ehrenamtlich, bis es läuft. Warum? Weil ich an dich glaube. Weil ich an deine Marke glaube. Und ich trage diese Marke. Wahnsinn. Oder? Es ist eine Begeisterung der Menschen, die du einfach für dich als Wertschätzung anerkennen kannst. Als Wertschätzung deiner Arbeit, deiner Brand. Offenbar hat diese Marke, die du da entwickelt hast, einen hohen emotionalen Wert, weil die Menschen sonst ganz anders reagieren würden. Das würde die gar nicht interessieren. Die würden nicht nach einem T-Shirt fragen. Marken sind Kult, habe ich mir aufgeschrieben, wenn du sie selbst trägst. Wie verliebt bist du in deine Marke? Ist es so, dass wenn du heute deine Visitenkarte anguckst und denkst dir, leck mich am Arm, ist das geil. Ich hatte letztens einen Kundenanruf, Niklas, hallo und liebe Grüße an dich. Ich bin sicher, du hörst diese Podcast-Folge. Der rief mich an und sagt, Norman, was wir da gebaut haben, ist schweinegeil. Und er hatte die Unterlagen, fertigen Unterlagen von der Druckerei bekommen. Wir haben eine Marke mit sämtlichen Kommunikationsmaßnahmen entwickelt und er ruft an und sagt, hey, das ist schweinegeil. Und es war eine Herausforderung, weil es anders als sonst eigentlich keine Rolle gespielt hat, was es kostet. Hauptsache die Qualität ist exzellent. Wo hast du das heute noch? Was ich allein vor 15 Jahren kämpfen musste, dass wir mal wieder im Cover, im Siebdruck produzieren. Ich weiß, keiner von euch weiß, was das ist. Das ist meinem Alter geschuldet, dass ich mit solchen Beispielen um die Ecke komme. Aber wenn ihr sowas mal in der Hand gehabt habt, das ist noch wirklich Handwerkskunst. Und der war total begeistert und ich weiß ganz genau, er lebt diese Marke und er liebt sie. Und so geht es mir mit den Sachen, die wir für uns entwickeln auch. Und was führt dazu, wenn du sie liebst? Es multipliziert sich in dir. Es erwächst daraus der Drang, daraus mehr zu machen, mehr machen zu wollen. Es ist nicht nur die Pflicht und zu sagen, okay, mein Rechnungsbogen braucht jetzt auch ein Logo drauf, sondern es ist eine Sache, wo du denkst, Mann, haben wir eigentlich schon mal Tassen produziert? Apropos, ich habe Tassen produziert und ich würde an dieser Stelle, wenn du bis hierher gehört hast, sehr, sehr cool, ich würde an dieser Stelle von diesen, ich glaube, wir haben 25 Tassen gemacht so zum Testen, das sind Genie's L1 Tassen, natürlich, schwarz, klar, mit Logo und allem, was dazu gehört. Und ich verschenke 10 Tassen an dieser Stelle. Und zwar an die nächsten 10 Audionachrichten von euch mit eurer Frage für dieses Format hier. Mit dieser Frage, ich muss jetzt nur kurz laut denken, die wir dann hier auf Sendung natürlich auch bringen können. Also schick mir eine Audionachricht mit deiner Frage und du kriegst eine Tasse. So, die ersten 10 kriegen die Tasse. Wir müssen so ein bisschen aufpassen, wenn du jetzt sagst, ich schicke dir 10 Nachrichten und mit 10 Fragen und das kommt alles von einer Person, dann machen wir eine Tasse, aber ich denke mir dann noch was aus. Also 10 Tassen stehen jetzt hier zur Disposition. Und das ist das, was ich meine. Du entwickelst eine Tasse, dann sagst du, ey, so eine Fashion Collection wäre doch cool. Oder? So ein Merch. Einfach so ein paar T-Shirts, ein paar Hoodies, whatever. Und dann fängst du an, einfach mit dieser Marke zu wachsen, indem du einfach sagst, ey, ich finde das einfach cool und ich produziere das jetzt einfach. Ich mache das jetzt einfach. Ich investiere da jetzt. So, wir hatten das Thema Kult. Marken, ah ja, auch ein wichtiger Punkt, Marken haben mehr mit uns als Persönlichkeit zu tun, als wir glauben. Marken sind heute keine abstrakten Konstrukte mehr. Sowas wie Nike, Adidas und so weiter, das gab es alles mal, gibt es heute immer noch, immer noch super mega erfolgreich, ohne Zweifel. Aber das baust du als Brand heute kaum noch, nochmal neu. Sondern wenn ihr so merkt, was so, gerade so die aktuellen Newcomer-Unternehmer, durchaus auch Unicorns sind, dann sind das Leute, die mit ihrer Personal Brand ganz vorn stehen und sagen, hey, Steve Jobs oder Mark Zuckerberg. genau das Gleiche. Die stehen einfach mit ihrer Personal Brand für das Unternehmen. Wer steht für Nike ganz vorne? Wir sind die wenigsten. Oder Adidas. Wir sind auch die wenigsten. Das heißt, Personal Branding ist heute mega wichtig in der Markenführung und deswegen bist du ein wichtiger Teil, wenn du diese Marke führst, wenn du das Unternehmen führst, dass du diese Marke auch repräsentierst. Tun sie ältere Semester sehr schwer, die dann sagen, hey, in den letzten 30 Jahren musst du dich nicht von Mikro oder von der Kamera oder mich im Internet irgendwie exponieren. Das werde ich in den nächsten 30 Jahren bis zur Rente dann ja auch nicht machen müssen. Oder? Doch. Doch. Bitte. Warum? Weil das eine Frage von Trustbuilding ist. Du musst ja das Vertrauen herstellen und die Leute wollen einfach wissen, mit wem habe ich denn da zu tun. Kann ja sein, dass deine Marke cool ist oder beziehungsweise dass deine Produkte wertig sind und das Preis-Leistungs-Verhältnis mega ist. Aber wenn du mir nicht sympathisch bist, kaufe ich bei dir nicht. Ist ganz einfach. Wenn du dich nicht engagierst für den Klimawandel oder gegen den Klimawandel oder irgendeinen sozialen, gesellschaftlichen Beitrag leistet, nein, sorry, dann kaufe ich dein Produkt einfach nicht. So. Also zeig dich. Total wichtig. Und eine Riesenchance auf der anderen Seite auch. Erzähl nicht deinen ganzen persönlichen Kram, auf keinen Fall, sondern zeig dich einfach. Zeig die Mitarbeiter hinter den Kulissen. Ist wichtig. Mach dich nahbar. Mach dich erreichbar. Antworte auf Fragen. Also mir ist das zum Beispiel total wichtig, dass wenn zum Beispiel Anfragen reinkommen, ich will immer den Kontakt mit dem Kunden nicht verlieren. Das darf nicht so ein Distanzthema sein, wo ich sage, ach, kümmert sich jetzt das Callcenter drum oder macht jetzt hier meine Assistentin oder sowas. Gar nicht. Ich will das ja selber erleben. Ich will wissen, was mit den Leuten los ist. Worüber denken die nach? Was ist gerade schwierig? Ja, wo kann ich helfen? Und dafür muss ich mich zeigen und präsent sein. Also Personal Branding unbedingt nochmal anschauen. Ich kann jetzt nicht so ausführlich werden, weil ich schon ein bisschen auf die Zeit gucke. Ich will euch aber unbedingt meine Stichpunkte hier noch zum Besten geben. So, wo war ich jetzt hier? Ah ja, Marken sind ein wesentlicher Teil der Kaufentscheidung. Wir hatten das vorhin schon mal mit diesem ganzen emotionalen Thema. Ja, wesentlicher Teil der Kaufentscheidung heißt eben auch, und das Gefährliche. Ich muss einfach nochmal an dieser Stelle darauf hinweisen, was mir echt wichtig ist. Viele haben das nicht auf dem Radar, dass aufgrund der, aufgrund schlechter Markenführung Käufe nicht erzielt werden. Marke ist quasi verbunden im Unternehmen wie so ein unsichtbares Netz. Ist das verbunden mit dem Thema Vertrieb, mit dem Thema Marketing, mit dem Thema Personal, Recruiting? Mit all diesen Themen ist Marke verbunden. Es ist quasi wie so ein Layer oder wie so ein Spinnennetz mit diesen ganzen Zwischenverbindungen und so weiter. Warum? Weil Vertrieb ohne Marke nicht funktioniert. Marketing ohne Marke funktioniert nicht. Du kriegst keine neuen Leute in deine Company, wenn deine Markenführung nicht funktioniert. wenn du nicht glaubhaft rüberbringen kannst, dass du ein geiler Arbeitgeber bist und die Leute bei dir arbeiten müssen, weil es niemand Besseren gibt. All das ist Marke. All das ist Branding, Image, Kommunikation. Deswegen wichtig, unbedingt drum kümmern und das bitte, um auch mal auf den Titel einzugehen, von dir Stefan, als Startup das Thema Marke von Anfang an richtig machen und mit richtig meine ich nicht, du kannst natürlich nicht wissen, was sind so die nächsten wichtigen Schritte, sei denn du nimmst dir einen Mentor mit an anderer Seite, aber das Wichtige ist, schenk ihr die nötige Aufmerksamkeit von Anfang an, weil auch ein Investor oder auch in der Pre-Seed-Phase, wenn du so anfängst mit Business Angels oder mit Partnern zu kooperieren, hey, du verkaufst dich immer die Marke. Wenn der Business Angel sieht, wow, das ist doch professionell, habt ihr eine Agentur, wer habt ihr das gemacht, hast du die halbe Miete, du hast ja schon 80% Emotionen gerade abgeholt, der Rest muss dann nur noch sauber sitzen, Businessplan, Pitch-Deck und so weiter, aber die Wirkung zu erzielen, von Anfang an gleich, unbedingt wichtig, es ist wirklich, ich muss wirklich sagen, wir werden das Problem auch zusammen lösen, wenn ihr das wollt, aber es ist teilweise wirklich schlimm, was wir an Pitch-Decks bekommen, an schlechten Präsentationen bekommen, muss man wirklich sagen, es sind Ausnahmen, wo man sagt, wow, mal was anderes, oder da muss ein Designer mitgewirkt haben, ja, und wenn ich die ganzen Sachen irgendwie in eine Grafik, in eine Grafikagentur gebe und sage, hey, könnt ihr mir das irgendwie aufhübschen, ja, ja, ist schade, lösen wir aber, da kommt was, verspreche ich euch, in der Genius Alliance University, an dieser Stelle, gleich nochmal der Aufruf, kannst du dich kostenlos registrieren, und geh mal unter Mentorings, Live Mentorings ist der Menüpunkt, gehst du auf Knowledge Space, findst du unfassbar viel Content, alles kostenlos, ja, musst dich aber registrieren, kostenfrei, dann gehst du auf die Mentorings und dann auf Knowledge Space. So, wieder ein Blick auf meinen, meinen Zettel hier, ein bisschen Kaufentscheidung hatten wir, Marken sind Botschafter, während du schläfst, mach dir das immer bewusst, ich fand das echt einen guten Gedanken, aufgrund deiner Frage, Stefan, sind Botschafter, während du schläfst, man sagt ja immer so, das Internet ist so deinem Vertriebsmitarbeiter, 24-7, wird niemals krank, will keinen Urlaub, hat keinen Anspruch auf irgendwas, ist immer da, ja, aber was nützt es, wenn das nicht geil ist, versteht ihr, also wenn ich da nachts, meinetwegen um 23.30 Uhr surfe, ja, weil ich irgendwie eine Reise buchen will oder einen, weiß ich nicht, einen Subwoofer brauche oder einen neuen Router, ja, und dein Online-Shop ist halt einfach schlecht, ja, oder ich habe keine Lust an meinen Rechner zu gehen, nimm mein Handy und das funktioniert nicht, deine Website ist nicht responsive und es ist alles so anstrengend, ja, naja, kaufe ich bei dir nicht. Wieder Problem, ich rufe nicht bei dir an und sage, ich habe nicht gekauft, weil das alles schlecht funktioniert und nicht gut aussieht. das ist dieses langsame, dieser Schweelbrand, ja, in der Zwischendecke, den du nicht siehst, ja, aber so nach und nach steigt der Rauch auf und das ist super schwer zu identifizieren, super schwer zu identifizieren, dass der Kunde abspringt, weil deine Kommunikation und deine Marke nicht gut genug ist, damit es zu einem Kauf führt, also ein großes Thema. Marken sind smart, habe ich mal aufgeschrieben, wenn sie auf eine Alleinstellung lenken. Was will ich damit sagen? Deine Marke sollte einen gewissen Anspruch haben, dass sie den Betrachter, der muss sich nicht als erstes sofort den Betrachter erschließen, vielleicht auch nie, ja, es gibt viele Mercedes-Fahrer, die fahren ein Auto, wie ein Mercedes, da klebt so einen Mercedes-Stern auf der Motorhaube und die haben keine Ahnung, was das Ding bedeutet. Genauso wie bei BMW oder bei Apple oder bei Amazon. Ist auch nicht wichtig, ist nicht wichtig, aber es ist eine Idee und diese Idee formuliert so einen gewissen Anspruch an die Marke selbst. Also bei Amazon beispielsweise habt ihr ja unten drunter diesen Swoosh mit so einem Pfeil und der Pfeil geht genau von dem A von Amazon, von dem Wort, bis zum Z. Wir haben alles, von A bis Z. Das ist die Bedeutung des Amazon-Schriftzugs. Dann gibt es auch Schriftzüge, die eine Doppeldeutigkeit oder einen phonetischen Gleichklang haben, z.B. Genius Alliance, da steht hier Genius, Genius und Alliance, Allianz, Familie, Community und Alliance, da steckt Alliance drin, Löwen drin, Leadership drin. Das ist zum Beispiel so eine Doppeldeutigkeit. Es ist schon eine halbe Stunde rum. Oder der Apfel von Apple, das ist der Biss in die Versuchung. So nach dem Motto, ey, du hast die ganze Zeit einen PC gehabt, probier mal einen Mac aus. Wenn du den einmal ausprobiert hast, willst du nie wieder einen PC wollen. Der Biss in die Versuchung, die Verführung. Megacool. Und dieser Anspruch heißt eben auch, dass deine Alleinstellung da irgendwie mit reingehört oder zumindest in der Herleitung deines Logos eine Rolle spielt. Für mich ist immer wichtig, dass du die Erscheinungsbilder oder die Marken, die kreiert werden, eine Herleitung haben. Mit Herleitung meine ich ein Storyboard, dass du verstehst, aha, deswegen sind wir drauf gekommen. Deswegen ist das Logo entstanden. Nicht, weil es irgendwie hübsch war oder uns auf einer sehr subjektiven Ebene angesprochen hat, sondern weil es eine wirklich tragende Leitidee hat. So, jetzt haben wir nicht mehr viel. Marken sind anspruchsvoll. Sie wollen dem Träger mehrere Perspektiven eröffnen. Das deckst du so ein bisschen mit dem, was ich gerade gesagt habe. diese mehreren Perspektiven ist diese Mehrdimensionalität von Marken. Das wird jetzt auch ein bisschen weit führen, ist vielleicht so ein kleiner, vielleicht ein kleines Live-Webinar-Thema, aber Mehrdimensionalität heißt, du möchtest ja zeigen, was deine Kompetenzen sind. Du möchtest ja zeigen, was deine Werte sind, wofür du stehst, was deine Unternehmenskultur, dein Selbstverständnis, all diese Dinge. Und das ist die Komplexität in der Markenentwicklung, dass ich das abbilden möchte, muss. Und das ist im Grunde dieser Manufakturgedanke, dass das durchaus möglich ist, aber das ein Entwicklungsprozess ist. Marken entwickelst du. Die sind nicht einfach nur da. Es ist immer lustig, wenn der Kunde sagt, ey, wir machen jetzt eine Markenentwicklung und dann sieht der, okay, so sehen wir heute aus und dann gibt es irgendwie ein Konzept, dann tüftelt man so ein paar Wochen und dann kommt man wieder und sagt, schau mal her, das ist deine Marke. Und dann ist es so banal einfach, aber auf diese Brillanz, auf diesen reduktiven Gedanken, auf dieses Destillat musst du erst mal kommen. Also wie anstrengend ist das aus einer Masse heraus, einer Masse von Flüssigkeit, ein Destillat zu gewinnen, das so kostbar ist, musst du ja auch einen gewissen Aufwand betreiben. Den sieht der Kunde oftmals nicht. Deswegen ist es immer schwierig zu sagen, ah ja, das hat jetzt 12.500 Euro gekostet. Interessant. Ich würde sagen, an dieser Stelle, wenn euch das Thema interessiert, lasst es mich wissen, schreibt in die Kommentare unter den Shownotes dieser Podcast-Folge, was ihr davon haltet, was eure Herausforderungen sind. Ich gebe gerne zu einem Kommentar, wenn es mehr wird, als wir jetzt hier denken, dann mache ich auch gerne nochmal eine Fortsetzung zu diesem Thema oder könnte mir auch gut vorstellen, dazu auch meine eigene Masterclass zu machen. Wenn dich das interessiert, wie gesagt, in die Kommentare rein. Ich muss es nur wissen, dann können wir das mit unserem Team auch entsprechend planen. An dieser Stelle, ich bedanke mich bei dir, Stefan, für deinen Mut, für diese geile Frage und für diese tolle Podcast-Folge, die daraus entstanden ist. Also, bis bald. Ciao. 至 slash. 至 slash. Untertitelung des ZDF, 2020